Ha 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 Warum? Ist das so abwegend? Tief durchatmen und dann wird das. Okay. Das war schon nicht schlecht. Schmute halten. Ja, schneid dir mal ne Scheibe davon ab, dann kannst du das auch machen. Das ist halt Fun. Oh nein, da sind welche. Ey, wieso spackt das denn jetzt so? Fuck, hier ist eine. Oh nein! Oh, ich hab schon angefangen zu fluchen, ne? Ja, ich bin doch auch weg. Oh, f*** dich doch, ey. Oh, f*** dich doch, ey. Oh, schuldigung. Ähm, ich meinte natürlich. Oh, du böses Mädchen. Okay. Das war... Ich... Das war eigentlich weit genug weg, oder nicht? Gar nicht wahr. Ah, ich bin doch kein Käse. Okay, dann findest du jetzt. Bin ich mal gespannt, wo es hingeht. Oh nein! Sollst du mich jetzt sehen? Nee, wo du hinpennst. Wo es lang geht. Ich bin in das geladete Schirm. Wo ist denn hierher? Ich sehe gar nichts. Ich bin doch doof, hier stehen wir doch. Du musst jetzt machen. Ich bin an. Habe ich schon. Wo bist du jetzt? Bei Junkie? Okay. Ja, Junkie. Das ist die Fortnite-Sprache. Ja. Nein, das weiß ich jetzt gerade nicht. Also... Du bist halt süchtig nach etwas, oder was? Ja, ne? So ein Spritzentyp. Ne, so ein Spritzentyp. Hm, nee. Ich glaube, das ist nicht möglich. Du Arschloch, ey. Du Arschloch, ey. Ey, das spackt ja übertriebenster Geld. Okay, ich hab mal Riss, wenn's bremst. Okay, jetzt hau ich ab. Okay, franzig. Ja. Kannst du weg? Kannst du weg? Oh, fuck, man. Kommst du irgendwie weg? Ich hab einen Riss, aber... Wie soll ich das machen? Ja, mach ich ja. Ich mach ja hinter der Mauer. Das war ja ein super Landeplatz. Ey, ich bin total... Vermohrt. Also, du bist ja einmalig. Einmalig bescheuert. Okay, scheiße. Einmalig bescheuert. Ja, dank mir. Bestimmt, ich danke dir. Zum Helle Birne. Mhm. Ja, mhm. Weißt du was? Halt die Klappe. Bei dir kann man gar nicht ruhig bleiben. Da wird man automatisch aggressiv. Ganz ehrlich. Wie auch. Wie auch. Hier können wir das rausnehmen. So... Mhm. 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 Ja. Ist wohl richtig. Warum das denn? Sag mal. Ja, bist du selber schuld, wenn du so übermäßig schlau bist und dich killen lässt? Oh, da reitet jemand. Oh, fuck. Ja, genau. Ja, genau. Ich glaube, da muss man noch mal üben. Ey, ich verpiesel dich. Ist da. Hast du mir meine Granaten da hat die mal weggenommen? Ach, du bist. Du bist so ein... Ne, jetzt nicht mehr. Hey, das kannst du ja haben. Hä? Da war doch eine Tore. Hast du die genommen? Ach. Hier. Hau leise. Du. Intelligenz-Bestie. Ja, da habe ich schon was anderes für ihn. Oh, Füße. Das bin ich. Ey, weißt du was? Ja, der schießt auch auf mich. Ey, fick mich doch mal. Puh. Zwei. Zwei. Nee, war deine Schuld. Weil es eine Aufgabe ist. Und ich bin hier, um Aufgaben zu machen und um Spaß zu haben. So. Hast du jetzt nichts geschafft? Doch, oder? Hast du bestimmt was geschafft, oder? Zweimal sterben. Okay, ich suche wieder aus, vor wir landen. Weil da haben wir wenigstens ein bisschen überlebt. Ne? Bitte was? Wann saufst du direkt tot nach der Landung? Das ist mindestens Sekunden später? 23. Ja, und? Das war keine Scheiße. Geht doch gar nicht. Nein. Das war bei dir, doch nicht bei mir. Kann gar nicht sein. Hast du es aufgenommen? Ne, hast du nicht. Kannst du nicht. Halt die Klappe jetzt. So, dahin.